hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge vom Alpenfarmrecht einen wunderschönen mittag mittag wünsche ich jo in der letzten folge haben wir ja so eine feil da unten abgemäht und jo jetzt habe ich schon auf dem nächsten tag vorgespielt und jo jetzt würden wir mal sagen schauen wir mal was jetzt an uns steht unten aufsammeln und doch wahrscheinlich leer machen ob das hier oder sie schon fertig gegärt und da werden wir uns jetzt noch einen schönen und lauter beziehungsweise stapler haben wir irgendwas also wir haben ein bisschen schiefen wir haben und ob wir einigsten gibt es die extra langer noch hmm Untertitelung des ZDF, 2020 Ich kann hier die Bucke aufbauen. Schaut irgendwie schon geil aus. Hm, ach komm, mach mal so. Geil. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.